Hallo und herzlich willkommen diesmal zu einem komplett anderen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass alles hinhaut. Es ist nämlich mein erstes Unboxing-Video auf meinem Kanal. Wir werden jetzt heute einmal von der BlizzCon, nämlich die Goodiebag aufmachen. BlizzCon 2018, man sieht's. Ich hoffe, dass der Autofokus sich gleich wieder halbwegs scharf einstellt. Ja, es sollte soweit funktionieren. Wenn es ab und zu mal unscharf ist oder irgendwas anderes, wie gesagt, es ist mein erstes Video. Ich bitte etwas Nachsicht zu üben, was Unboxing angeht. Vor allem der Platz, wo ich gerade stehe und das Ganze mit Ton aufnehmen und alles ist mehr als suboptimal. Aber das ist egal. So, BlizzCon 2018, die Goodiebag wurde mir heute zugesandt. Ihr werdet ja das Video drei, vier Tage später ungefähr sehen. Wir backen das Ganze jetzt einmal komplett zusammen aus und ja, ich rede mal ein kleines bisschen drüber. Die Goodiebag selbst hat mich an die 60 Euro gekostet mit versandt. Mittlerweile wird es ja nicht mehr aus den USA verschickt seit diesem Jahr, sondern mittlerweile gibt es auch den Gear Store, nämlich in Europa. Ich glaube nicht mal in Deutschland, aber in Europa zumindest. Das bedeutet letztendlich, ja, wir können jetzt nämlich uns extrem viel Versandkosten sparen, da es einfach nicht mehr aus meiner Karriere geschifft werden muss, das Ganze. So, wenn ab und zu mal, wie gesagt, der Fokus ein bisschen spinnt, ist es leider so. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. So, wir schneiden einmal durch. Ich hoffe, ich schneide jetzt nicht irgendwo rein. Mit meinem Super-Mini-Kader besser nämlich. Und die Kamera habe ich jetzt auch noch abgeschlossen. Super, fängt schon mal gut an. So, dann schauen wir mal. Oh, zumindest schon mal sehr schön extra nochmal verpackt. Ist schon mal nicht schlecht. Ich tue das ganze Ding am besten mal, versuche ich mal rauszuholen. Um Gottes Willen. Oh, es ist ein relativ stabiler Karton zumindest. Der hoffentlich auch so stabil bleibt. Ja, bleibt er. Das Gewackel übrigens auch, sorry, aber die Kamera steht etwas ungünstig. So, BlizzCon 2018. Diesmal wieder cool verpackt. In der letzten, ich kann es mal ganz kurz zeigen. Ich habe es hier gleich in Griffnähe. Und zwar, bei der letzten gab es nämlich diesen wunderschönen, man sieht ihn leider nicht komplett im Bild. Moment. Gab es nämlich diesen Rucksack hier von der BlizzCon mit diesen Patches und ein bisschen Zusatzinhalten, Figuren und so weiter. Wir schauen jetzt mal, was dementsprechend in dem jetzigen Paket drin ist. Ich bin Fan von Blizzard. Habe mir auch, wie gesagt, dann dementsprechend halt immer wirklich, ja, da fliegt es weg. Habe ich mir dementsprechend immer jedes Jahr die Goodie Bank gekauft, zumindest wo sie verfügbar war. Diesmal habe ich auch kein virtuelles Ticket. Ist vielleicht ganz wichtig, weil das virtuelle Ticket, ich glaube es waren 40 Euro bis 45 Euro, die man jetzt für das virtuelle Ticket zahlt. Es ist zwar jetzt auch mit deutscher Synchron, allem drum und dran, aber es ist mir zu viel Geld für ein virtuelles BlizzCon Ticket. So, schauen wir mal, wie wir das Ding hier aufkriegen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht aufgepackt, wie man gesehen hat. Oh, die Verpackung ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Ist zumindest gut zum Lagern. Das ist für mich vor allem wichtig, weil ich habe relativ viel so Zeug. Cool. Das ist wohl dann das Buch von der, Moment, ich halte es mal in die Kamera, von der BlizzCon, diesmal mit Bildband nämlich auch dabei. Ist das erste Mal, dass, glaube ich, ein Buch dabei ist. Zumindest wüsste ich nicht, wann sonst schon mal eins kam. BlizzCon 2018, sehr cool. Vielleicht packt man das auch noch aus, aber ich bin eigentlich ein Fan davon, das möglichst original zu lassen, das ganze Zeug. Oh, hier ist sehr schön mit Schutzzucker zwischen rein. Auch mit Beschreibung nochmal, was drin ist. Das lege ich mir am besten mal irgendwo beiseite. Oh, und diesmal einiges sogar, was wir da drin haben. Die Frage ist, wie ich das rausbekomme. Sehr viel Papiermüll, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, mein Schreibtisch ist gar nicht so groß, ich weiß gar nicht, wo ich dieses ganze Zeug eigentlich hinpacken soll. So, schauen wir mal. Ah, okay, hier ist dann reines Plastik. Dann legen wir das am besten mal weg. Beziehungsweise, komm, wir lassen die Schachtel als Hintergrund. Das ist, glaube ich, ganz okay. Denn mein Schreibtisch ist jetzt leider ein Glasschreibtisch. Das Spiegel ohne Ende nehme ich, glaube ich, sonst. Wobei, so ist auch schlecht. Nehmen wir mal es ohne. Das ist, wenn man null vorbereitet ist auf so etwas. So. Der Kampf mit der Packung gestaltet sich zumindest schon mal sehr leicht. Das ist schon mal ein guter Pluspunkt für diesmal. Okay, dann haben wir dementsprechend hier eine Münze, beziehungsweise ein Magnet. Fragt mich jetzt bitte, jetzt brauche ich selbst die Beschreibung. Heroes of the Storm. Spiele ich leider selbst nicht. Allerdings, das hier ist dementsprechend die Münze. Ich hoffe, ich halte alles richtig in die Kamera. Ist hinten dran mit einem Magneten. Ist, glaube ich, ganz cool. Werde ich mir vielleicht einen Kühlschrankheften mal abwarten, wo das landet bei mir. Dann haben wir weitere Magnet-Set. Und zwar Hearthstone-Magnet-Set haben wir dann hier. Wellblade, ups, readings. Dann zu den Mana-Staub und ein Kartenpack. Ist auch alles magnetisch. Das heißt, könnte man sich auch dementsprechend an den Kühlschrank kleben. Ist, glaube ich, auch ganz cool. Ich habe einen relativ großen Kühlschrank, Gott sei Dank. Sehr viel Magnetzeug dieses Jahr dabei. Okay, dann haben wir die Münze, die Magnet-Sets. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Overwatch-Challenge-Poin. Oh, Münze. Okay. Ist auch ordentlich schwer. Ist aus wirklich, also ist kein Plastik das Ganze hier. Sondern es ist wirklich hochwertiges Metall. Beziehungsweise Metall, ob es hochwertig ist, weiß ich gar nicht. Und ich versuche es mal. Kleinen Moment. Ich hoffe, man kann es lesen. Ich kann es leider meiner Position gar nicht erkennen. Aber es steht drauf, Life with Horner Overwatch. Die with Glory. Sehr cool. Es gab ja auch schon bei der Collector's Edition von Battle for Azeroth, den neuen VOV-Add-On, gab es ja auch schon einen Coin oder eine Münze letztendlich, wo Horde und Allianz auf einer Seite war, oder auf einer Seite Horde und auf der anderen Seite Allianz. Danach haben wir World of Warcraft, einen Schlüsselanhänger. Ich hoffe, ich kriege den raus. Ja, kriege ich. Oh, sehr cool. Ich glaube, das kann man sogar drehen. Das hier ist jetzt dementsprechend die Horde-Seite. Und hier haben wir dann die Allianz-Seite. World of Warcraft, Champions of the... Champions of the? Ah, Enemy of the. Enemy of the Champions of the. Fragt mich jetzt bitte nicht nach Details. Aber ich glaube, man kann es, wenn es jetzt nicht kaputt geht, man kann es drehen. Es geht sehr schwer, aber man kann es wirklich drehen. Auch... Ja, für einen Schlüssel ist es ein bisschen... Es ist auch wirklich hochwertiges Metall oder sehr dickes Metall auf jeden Fall. Es ist ordentlich schwer in der Hand. So, das nächste wäre dann... Braucht mal einen Zettel. Starcraft, äh... Ein Pin. Ein Starcraft-Pin ist das Ganze hier. Ah ja, hier hinten mit diesen typischen Blizzard-Steckern hin dran. Ich habe das leider noch nie richtig verstanden, das Ganze. Und zwar haben wir hier einmal Starcraft als... Ja, äh... Den kann ich mir beispielsweise... An den Rucksack könnte ich mir den dran pinnen. Und zwar hier haben wir das Starcraft und hier sind die Pinsels endlich dran. Ich kann das Ganze einmal zeigen. Das ist so... Irgendwie ist das so Blizzard-Standard. Dieses kleine Plastik-Ding mit diesen Spitzen hinten dran. Äh... Ich weiß nicht. Da gibt es bessere Lösungen. Viel, viel bessere Lösungen aus Metall als dieses Plastik-Ding. Denn das mit Plastik-Ding, da steckt man einfach auf und das war es letztendlich. Es gibt sowas mit einer Halterung nämlich, wo man das Ganze dann fixieren kann. Ich weiß nicht, wieso sie das nehmen. Bei jedem einzelnen Pin. Was es bei Blizzard gibt, ist dieses Plastik-Zeug hinten dran. Was ich persönlich absolut scheiße finde, weil das fällt einfach ab, ehrlich gesagt. Wenn ich das jetzt an den Rucksack beispielsweise so ranpinnen würde und ein bisschen was in dem Rucksack rumliegt, würde mir das Plastik-Ding irgendwann hinten entweder wegbrechen oder einfach abrubbeln und dann wäre das Ding einfach weg. Und das ist halt schade. Also da können sie wirklich mal ordentlich nachbessern. So, und dann zu meinem zumindest minimalen Highlight, wenn ich es dann rauskriege. Oh, schwierig, aber es funktioniert. Und zwar ein Mini-Diablo. Und zwar müsste das noch der Original-Diablo sein. Klassik-Diablo. Genau, Vinylfigur. Ist noch die aus dem ersten, nicht mal aus Diablo 2, sondern wirklich aus dem allerersten Diablo-Teil. Eine sehr coole eigentlich, ja, ich hätte sie ein bisschen größer, ein bisschen größer wäre gut gewesen. Ich habe relativ große Hände. Aber im Vergleich beispielsweise zu dieser Münze, hätten sie die Figur wirklich ein kleines bisschen größer machen können. Aber sie sieht zumindest von hier aus, weil ich es nicht ganz hoch halten kann, relativ hochwertig zumindest aus. Sollte auch normalerweise handbemart sein. Also ist schon nicht schlecht, was man da geboten kriegt. Den Bildband werde ich erstmal eingepackt, glaube ich, lassen. Hier hinten, vielleicht packe ich ihn noch aus, aber ich bin wirklich ein Fan davon, sowas dann zumindest noch im Original zu belassen. Auch wenn ich es eigentlich wahrscheinlich nie verkaufen werde, zumindest habe ich noch nie irgendwas verkauft von dem her. Aber, naja, besser als haben, als brauchen, sagen wir es mal so. Wie gesagt, das war jetzt dann dementsprechend mein erstes Unboxing-Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Gefällt mir da lasst für die Folge, beziehungsweise für dieses Video. Wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mich noch nicht abonnieren haben solltet, bei mir gibt es sehr viel World of Warcraft, Zombiespiele, Survival-Spiele und so weiter und so fort. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns den nächsten beiden im Video wiedersehen. Ob das jetzt die knapp 60 Euro mit Versand das Ganze wert ist, muss letztendlich jeder für sich selbst wissen. Ihr wisst jetzt zumindest, was drin ist. Es ist relativ hochwertig, ob das jetzt wirklich 60 Euro wert ist oder nicht. Wie gesagt, es muss jeder für sich selbst entscheiden. Übrigens, ich habe mir das Ganze natürlich selbstverständlich selbst gekauft. Das ist nur ein Meinungsvideo, kein Werbevideo von dem her. Alles Gute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Unboxing. Mal sehen, vielleicht kann ich noch irgendwas machen. Ich habe relativ viel Collection-Zeug. Wir schauen mal. Macht's gut. Wir schauen mal. Wir schauen mal.